Hey ho und willkommen zum neuesten Making-of. Diesmal befinden wir uns vor der Zitadelle und wir haben vor, ein wenig das Umland zu terraformen, um später ein bisschen die Bauernschaften da reinzusetzen und ein paar andere Häuser. Der Goran ist diesmal dabei. Hallo. Hat die Zeit sozusagen gefunden, die Klausuren sind zu Ende. Und wir haben vor, in einem darauf kommenden Making-of eine Taverne zu bauen, aber vorher müssen wir halt noch ein wenig das Umland dazu gestalten, also dass es nicht einfach stumpf in einer kahlen Gegend steht, weil, wie ihr wisst, ist, wir können ja schon mal hinfliegen, wie ihr wisst, ist hier das Ganze drumherum um der Zitadelle, ja, künstlich. Ich hoffe, ihr wisst das. Also, all das, was ihr hier gesehen habt, in einem der letzten Videos habe ich es, glaube ich, auch schon angesprochen, ist alles manuell erstellt, wie es vorher war, ja, liegt mehr oder weniger Meter da drunter. Und später soll halt im Zentrum von diesem Gebiet, da habe ich es hier vorne schon mal angedeutet mit so einem Raster, eine Taverne entstehen, ein Gasthaus, wo sozusagen der Treffpunkt ist, von den einzelnen Bauern und wo man dann abends halt sitzen kann, wenn man nicht gerade Feldarbeit macht und so ein Kram halt. Ähm, ja, dann dieses ganze Tal wird sozusagen eingeschlossen von so ein paar Felsen, hier hinten sogar einen ganz großen, da muss man schon fast dran laufen. Also, ich habe eine normale Sichtweite, ähm, das Ding geht auch noch einiges. Auf jeden Fall soll hier natürlich das später auch schöner aussehen. Und damit das, äh, Making-of, wo wir das Bauen später mehr Spaß macht, als, äh, wenn ich sage, was wir vorhaben, kann ich ja noch sagen, wir hatten schon mal eine Stunde vorher versucht aufzunehmen, äh, nur ist die ganze Stunde war dann die Aufnahme irgendwie, hatte einen Fehler und in der Stunde können wir ja mal eben zeigen, was wir da, äh, schon hergerichtet haben. Ähm, das ist sozusagen das Gebiet oder dieser Felsen, diese Landzunge, die hier, ja, quasi die Bucht, äh, an der rechten Hälfte eingrenzt. Genau. Und sie ist unten am Strand, ist noch ein bisschen, äh, muss noch ein bisschen Sand hingemacht werden und so, aber, äh, die Stunde haben wir genutzt, um hier den Felsen hochzuziehen, mit Worldedit und Voxel und, äh, sehr viel Handarbeit aber auch, damit das nicht zu künstlich aussieht. Ja. Ähm, und ja, also vorher hatten wir hier, ähm, zum Vorgehen, wie wir zum Beispiel solche Steilklippen machen, solche Landzungen, wir haben uns vorher hier, ähm, mit Gras so eine Markierung einfach gemacht, äh, in der Luft, ähm, wie, ja, wie die Form sein soll und das dann mit Worldedit, mit, mit Kugeln halt, ähm, ausgefüllt beim Schießen. Wir nutzen, äh, beim Kugelenschießen, ja, hauptsächlich Worldedit und nicht Voxel-Sniper, weil Worldedit einfach schönere Kugeln schießt. Und, ähm, dann haben wir das ausgefüllt. Mit Voxel-Sniper gibt es dann auch so ein Fill-Befehl, wo man sozusagen die Lücken dann auch nochmal auffüllen kann. Das Blöde bei Voxel-Sniper ist, das sieht man hier vorne noch ganz gut, das ist nämlich eine unbearbeitete Voxel-Fläche, wo einfach nur ein Gras-Overlay drauf ist. Äh, Voxel macht gerne an den Flächen, wo das dann irgendwie übergeht und schräg wird, gerne so 45-Grad-Treppen. Das sieht man hier die ganze Zeit. Und, ähm, ja, das ist, ist schade eigentlich. Und hier haben wir halt geguckt, dass wir das dann halt auffüllen und, und möglichst auch per Hand, ähm, machen wir es meistens immer so, dass wir dann den Klippen, die vorher mit Worldedit gemacht worden sind, auch noch einen persönlichen Touch geben. Äh, hier vorne könnten wir nochmal ein bisschen Gas machen. So. Muss mal gerade auf F3 gucken. Äh, eben war, ist ja wie gesagt die Aufnahme abgeschmiert. Ich muss ab und zu mal auf F3 drücken, dann kann ich ungefähr an der Höhe der FPS-Zahl abschätzen, ob ich noch aufnehme oder nicht, weil beim Aufnehmen geht das bei mir meistens auf zwischen 30 und 40 FPS runter. Äh, hier vorne sieht man zum Beispiel, ähm, haben wir auch einen Mob-Spawner, der Cave-Spider spawnt, hingesetzt und ein paar Spinnweben rangepackt. Ähm, wir versuchen halt, ähm, ja, möglichst auch später in der ganzen Welt, hier ist das, äh, in diesem Umland der Zitadelle, ist das jetzt hauptsächlich schon beim Bauen entstanden, dass wir auch so ein paar kleine Höhlen machen, wo man, ja, Sachen findet, äh, wie zum Beispiel diese Mob-Spawner. Später gibt's aber auch noch, äh, haben wir vor, ein Plug-In drauf zu machen, wo man dann halt Truhen einmal leeren kann und so ein Kram halt. Ähm, und das dann später, wie aus Map 1, auch so ein paar Dungeons wieder in die Welt einziehen. So, ähm, dann gibt's natürlich hier noch, äh, so ein paar kleine Tümpel und Seen. Hier ist eine kleine Quelle rausgekommen und, ähm, so das Ziel ist es halt, ähm, an sich, wenn wir allgemein was bauen, Terraform hauptsächlich dann, ähm, dass so ein bisschen Rollenspielfeeling rüberkommt, wenn man halt durch, durchs Land streift. Also, dass überall irgendwie was rumsteht, irgendein kleiner Steg am See, äh, eine verlassene, äh, ja, Kochstelle irgendwie, ein verlassenes Lagerfeuer, solche Sachen. Und, äh, heute beschäftigen wir uns aber jetzt nicht unbedingt hier mit diesem Waldstück. Das haben wir ja, wie gesagt, in dieser Fail-Aufnahme alles gemacht. Ähm, und, äh, jetzt haben wir eher vor, ja, um später auch die, dieses Wirtshaus zu bauen, hier Felder drum zu machen. Und, ähm, viele... Können wir auch gleich mit anfangen. Genau. Viele fragen ja, wie machen wir das überhaupt, dass wir so große Felder ohne, ja, ohne Wasser bedüngen können. Und, und, ja, das ist eigentlich ganz einfach. Man kann's per Hand machen. Es geht. Ohne Wasser kann man pflanzen. Ohne Wasser vertrocknet das Feld allerdings schneller. Wir haben allerdings auch mit World Editor auf unserem Server eingestellt, dass man, äh, dass die Weizenteile nicht ab, äh, ploppen, wenn man drüber rennt. Das zum einen. Das heißt, man kann schön durch goldene Felder rennen. Und zum anderen, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Unterschied zum Vanilla ist. Ähm, ist es eigentlich vollkommen egal, ob Wasser daneben ist oder nicht. Bei Wasser, ähm, bleibt das Feld halt, trocknet das Feld halt nicht aus. Und wenn du kein Wasser hast, dann musst du dich halt beeilen mit dem Sehen des, ähm, des Weizens, weil irgendwann wieder das Feld zur Erde wird. Da wir es aber mit World Editor etwas schneller hinkriegen, ähm, demonstrieren wir das einfach mal kurz. Vorher schließe ich nochmal kurz so eine Lücke. Ich, äh, platziere am besten rote Wolle, wo, wo ich, damit ich auch gleich weiß, wo ich platzieren will. Genau, also ich nehme... Wo machen wir überhaupt das Feld? Also, ich habe vor, gehabt, so im Kopf, dass sich um dieses Wirtshaus ein Feld größtenteils befindet. Also wir können hier eigentlich diese ganze Fläche, worauf ich jetzt stehe, äh, abgegrenzt von dem Weg... Was alles, was auf der derselben Höhe ist, also. Genau, das könnten wir größtenteils, ähm, befüllen. Das heißt, ich nehme mir jetzt... Ja, genau. Ja, warte, nee, mach hier vorne. Hier reicht schon. Blöd? Ja, nimm doch, äh... Okay, äh, blöd ist natürlich, ähm... World Editor Selection sind größtenteils eckig. Man kann damit auch Polygone markieren, was, ähm, was ich auch gleich machen werde. Ähm, das Problem ist, wenn man... Ähm, also ich werde jetzt gleich ein Polygon ziehen und der Goran wird da drüber, äh, ein Viereck ziehen und, ähm, ich werde dieses Polygon, in diesem Polygon jedes... Jeden Grasblock, der sich darin befindet, werde ich mit, ähm, ja, mit... Mit Feld ersetzen und Goran die Luft darüber mit, äh, mit 59 Doppelpunkt 7. 59 Doppelpunkt 7, das ist ausgewachsenes Weizenfeld. Man könnte jetzt noch später einfach nur mit 59 ersetzen, aber dann muss man es mit Knochenmehl noch groß züchten. Von daher direkt 59 Doppelpunkt 7. Ähm, ich hab jetzt das Rechteck einfach markiert, vom roten Block zu roten. Äh, das, das Schwebende, ne? Ja. So, pass auf. Also, ich markiere jetzt zum Beispiel die eine Ecke und, äh, guck, dass ich hier jetzt so ein Feld einigermaßen hinkriege. Ähm, du könntest deins bitte nochmal etwas in Richtung, äh, in Richtung Meer, wo ich, also wie ich stehe, erweitern, ein Expand auf manchmal 30 plus und Richtung den ganz hohen Berg, weil dann kriegen wir hier die Flächen auch noch. Wie viel ungefähr? 30 in jede Richtung. Also, Expand ist der, ja, Erweiterungsbefehl, das heißt, ähm, die Auswahl, die man getroffen hat, erweitert sich in die Richtung, wo man guckt oder man gibt halt ne Himmelsrichtung noch an, um die Blöcke, die man eintippt. Äh, aber wenn ihr genaueres über Worldedit und so in Erfahrung bringen wollt, ähm, das ist halt besser, wenn man das halt nachliest vom, vom Ersteller des Plugins. Kleiner Hinweis, man kann, glaube ich, maximal 20 Punkte, äh, in diesem Polygon hinzufügen. Hätte ich jetzt, äh, dieses Worldedit QI drauf, könntet ihr ungefähr hier so eine verschrumpelte Region sehen, die jetzt markiert worden ist und zwar nur in der Höhe von der Grasfläche. Ich habe jetzt nichts höher markiert. So, und jetzt mache ich halt ein Replace, äh, zwei, also Gras soll sich ersetzen mit 60 und 60 ist halt das Feld. Direkt danach wird der Goran, ähm, die Luft darüber ersetzen mit, ähm, mit dem Weizenfeld. Ausgewachsenes Weizen. Es wird eine Menge abploppen, das heißt, es kann kurz ruckeln. Nur als Info. 59,7 war das, ne? 59,7, genau. So, ich drücke Enter jetzt. Und jetzt. So, und jetzt ruckelt es kurz. Okay. Aber es baut sich sehr schön auf. Und hier, hier sieht man halt, dass sich eine Menge, ähm, abgeworfen hat, aber größtenteils hat sich das wunderbar, guck mal, das hat sich sogar, äh, an manchen Stellen, an, äh, Stellen gesetzt, wo Gras drunter ist. So, und so kann man recht große, unförmige, äh, Felder sehr schnell erstellen mit Hilfe von Worldedit. So, die ganzen Sachen, die hier rumliegen, die entfernen wir jetzt mal eben mit dem Remove, äh, Itembefehl im Umkreis von 50. Gut. Ähm, hier vorne, ich nehme, also manchmal passen wir es dann auch nochmal schön mit der Hand an. Dann nehme ich mir hier so eine Goldhacke. Ähm, hast du Weizensamen? Ähm, Weizensamen, ja, habe ich gerade ein paar eingesammelt. Ich mache mal eben kurz die Markierung weg. Dann wäre ich dir sehr verbunden, wenn, ach komm, ich mache es selber. Oder? Kommst du? Wo ist denn das da hier? Ja, fülle die mal aus und ich mache jetzt. So. Und das ist eigentlich, also, ich weiß nicht, schneller geht es fast nicht, um, um halt große Flächen, die auch unförmig sind, äh, zu ersetzen. Man sollte es allerdings mit der Größe der markierten Fläche nicht übertreiben, weil wenn man später null mit, äh, mit Weizen ersetzt, ähm, und da kein Feld drunter ist, kommt es zum, zu über 90% vor, dass das Zeug abploppt und man teilweise hängen bleibt, weil es dann mehrere tausend, äh, von man muss, man muss am besten schauen, äh, darf ich noch eben was einwerfen? Ja. Man muss am besten schauen, dass, ähm, man auf einer Höhe bleibt mit dem Feld und nicht irgendwie oben auf dem Hügel was markiert und am Fuße des Hügels, weil man jetzt den ganzen Hügel als Feld haben will, äh, und der Hügel ist, sag ich mal, riesengroß und dann ist halt 80% der Luft sind halt, oder sollen halt Luft bleiben, weil die halt in einem, in einer rechteckigen Auswahl, ähm, wie erklärt man das? Also wir hatten schon mal eine Meldung von einem Vorbeiserver in der Stadt, dass da wohl, äh, ziemlich viel Luft mit Blumen, äh, ausgewechselt worden ist, weil er einfach, ich sag jetzt mal, von der Höhe von dem Berg da oben bis nach unten ein großes Rechteck gemacht hat und hat gesagt, replace 0 mit Blumen. Er dachte, gut, das wird dann halt nur auf dem Boden, äh, ausgetauscht wahrscheinlich, aber der ganze Luftraum war voller Blumen, die abgeploppt sind und dann waren da, ich weiß nicht, wie viele Blumen das sind, äh. Das leckt natürlich, darauf willst du hinaus. Das, das hat alle rausgeschmissen, äh, angeblich. Gut, wir machen jetzt noch, ähm, um das ganze Feld ein bisschen grafisch aufzuwerten, äh, so ein paar Begrenzungen einfach nur so, damit, also, ähm, normalerweise, wenn man hier so ein paar Holzbretter macht, ist es ja eigentlich total sinnlos, weil es, ähm, weil jedes Tier kann er durchbrechen, aber es sieht eigentlich immer schön aus. Dann kommen noch ein paar Heuballen, die wurden dann halt schon irgendwie abgeerntet vom Feld, dann müssen wir hier wieder was entfernen. Können wir mal ein bisschen größer machen, so. Ein bisschen größer. So, ich nehme mal ein Bonemeal in die Hand und mal hier ein bisschen, ähm, Vegetation, so, oh, hier ist ein Wolf. Ein wilder Wolf. Äh, ich setze jetzt hier nochmal den Replacer auf 13, denn ich möchte später, äh, hier vorne noch einen kleinen Pfad haben. Zum einen soll der vielleicht noch hinter die Hütte gehen, so. Und, äh, es soll später irgendwie hier noch runtergehen und dann zum Strand.